In der heutigen Spezialausgabe Blu-Ray News gucken wir uns einmal das Oktoberprogramm von Paramount Pictures an, denn das hat es wirklich in sich. Jede Menge tolle Steelbook-Editionen warten auf uns. Außerdem noch ein weiteres spannendes Programm und natürlich dann auch jede Menge Horrorfilme passend zum Horror-Oktober. Deshalb habe ich das Ganze nach Genre sortiert und jetzt nicht nach Datum. Wie die Editionen im Verlauf des Monats erscheinen werden und wir beginnen natürlich mit den Horrorfilmen und sind hier bei Halloween Age 20, 20 Years Later, wobei es heißen muss eigentlich 25 Jahre später, denn zum 25-jährigen Jubiläum wird der Film jetzt in einer 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook Edition veröffentlicht. In dem Film spielt Jamie Lee Curtis wieder mal Laurie Strode, die 20 Jahre, nachdem sie ihrem Bruder in einer Halloween-Nacht entkommen konnte, immer noch von bösen Visionen und Vorahnungen geplagt wird. Das geht ihrem Sohn, gespielt von Josh Hartnett, tierisch auf den Sacker. Doch dass die Mutter recht hat mit ihren Vorahnungen, das zeigt sich dann wieder in der bevorstehenden Halloween-Nacht, denn dann ist Michael Myers auch wirklich wieder zurück. Hier haben wir das Steelbook, das deutsche Steelbook, das ist ja fast überall vergriffen. Bei Mediamarkt und Saturn kann man sich das Ganze noch bestellen. Dann haben wir hier im Ausland bei Amazon.com noch ein weiteres Produktvorschaubild, wo wir uns eben das ganze Steelbook angucken können. Eben das Frontmotiv, das Backmotiv und auch den Innenprint. Das ist natürlich eine richtig coole Sache. Und wir sehen hier, dass das Ganze mit so einem Pad-Slip-Cover daherkommt. Also so einen durchsichtigen Schuber, der das Steelbook zum einen schützt, wo aber auch der Schriftzug hier mit drauf ist. Plus ein paar weitere Elemente. Wenn wir uns jetzt hier dieses Steelbook angucken, dann scheint das hier entweder fest mit drauf zu sein oder wir bekommen auch diesen Pad-Schuber. Also da müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann final aussieht. Aber vom Cover-Design her und von der Farbstimmung und alles gefällt mir persönlich das schon mal richtig gut. Smile, siehst du es auch, war letztes Jahr ein echter Überraschungshit. Da bin ich ja im Kino gewesen und habe euch eine ausführliche Filmkritik verfasst. Diese findet ihr auf meinem Kanal, falls ihr euch dafür interessiert und die noch nicht gesehen habt. In dem Film geht es um eine Psychiaterin, die nach einem traumatischen Erlebnis mit einer Patientin von ein paar Visionen geplagt wird und dann ständig Menschen um sich herum sieht, die lächeln, deswegen auch Smile, aber auch nichts Gutes im Schilde führen. Und sie ist der festen Überzeugung, dass da böse Mächte dahinter stecken und versucht dann eben auch der Sache auf die Spur zu kommen. Der hatte ein paar Jumpscares für zu viel für meinen Geschmack, aber insgesamt war das schon ein sehr spannender Horrorstreifen. Hat mir gut gefallen. Und jetzt erscheint dann im Oktober der Film in einem 4K-Steerbook. Das sehen wir hier. Und gucken wir mal nach Bella Italia. Dann sehen wir das komplette Steelbook abgebildet. Vorderseite, Rückseite, blöd jetzt hier wieder nur mit einem Spruch drauf. Dann der Innenprint, der kann sich dafür sehen lassen. Und im Ausland gibt es eben Produktvorschaubilder, nicht nur in den USA, sondern auch im Nachbarland Italien, wo auch noch ein Schuber mit dabei ist. Und das italienische Steelbook, das hat dann auch noch eine deutsche Tonspur mit an Bord. Laut Blu-ray-Discor.de auf der 4K-Scheibe und auch auf der Blu-ray ist dann eine Alternative zum deutschen Steelbook, das leider bei uns wieder mal überall vergriffen ist. Also falls man sich das Steelbook noch importieren möchte, hat man dann hier in Italien auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Scream 3 war dann doch nicht der letzte Schrei, wie uns die Vergangenheit gezeigt hat. Nicht nur was die Fortsetzungen angeht, sondern auch was die Qualität des Films selbst angeht. Bei Scream 3 war dann die Luft für meinen Geschmack schon leider etwas raus. Auch wenn hier Wes Craven wieder Regie geführt hat und eben die ganzen Stars um Neff Campbell, Kötne Cox und auch David Arquette, unser beliebtes Trio, wieder mit an Bord waren. Bei den Dreharbeiten zu Step 3 kam es dann wieder zu neuen Morden durch einen Ghostface-Killer und Paramount Pictures hat hier in der Vergangenheit ja schon den ersten Teil und den zweiten Teil in 4K neu aufgelegt und veröffentlicht. Auch im Steelbook. Jetzt ist eben der dritte Teil an der Reihe. Leider passt das Artwork aber gar nicht zu den vorherigen Steelbook-Veröffentlichungen, auch jetzt zum fünften Film und zum sechsten Film leider gar nicht. Dieses Rot sticht zwar ins Auge, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, passt aber eben vom Design her und auch von der Farbstimmung leider nicht zu den bisherigen Veröffentlichungen. Dennoch sehen wir uns das Steelbook selbstverständlich hier einmal komplett noch an. Wir haben hier in Italien die Vorderseite und die Rückseite abgebildet. Außerdem haben wir dann auch noch hier den Innenprint. Kann sich durchaus sehen lassen, der Innenprint. Und in Italien erscheint das Ganze auch. Allerdings nur in einer 4K-Version ohne Blu-ray, wie wir das hier bei der deutschen Veröffentlichung sehen. Auf der 4K-Scheibe ist aber laut Blu-ray-Disc.de auch eine deutsche Tonspur mit drauf und dann ebenfalls hier mal als Info rausgegeben, dass das hier eine Alternative sein kann, eben zur deutschen Steelbook-Veröffentlichung, die wie die meisten eben hier leider auch schon überall vergriffen ist. Außerdem veröffentlicht man noch eine Scream 6 Movie Collection. Da sind, wie der Name schon sagt, alle sechs Filme des Franchises enthalten. Macht jetzt nicht den allergrößten, sind da ja ein siebter Teil bereits angekündigt wurde und schon in der Produktion ist. Aber für Leute, die vielleicht noch gar keinen Teil der Reihe in ihrer Sammlung haben, interessant. Allerdings würde ich da empfehlen, vielleicht noch etwas geduldig zu sein und zu warten. Kostenpunkt ist jetzt zum Start weg 49,99. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Boxen speziell in der Keepcase-Variante recht schnell im Preis fallen. Das nur mal so als Tipp mitgegeben. Es bleibt auch spannend, welche Version des ersten Teils hier vorhanden sein wird. Denn es gibt ja eine R-Rated-Fassung und auch eine Unrated-Fassung. Die ist allerdings bisher noch nicht auf Blu-ray erschienen. Dementsprechend wäre das schon eine Überraschung, wenn die jetzt hier in dieser Collection mit dabei wäre. Aber gut, schauen wir mal, wenn das Ganze veröffentlicht wurde, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Sleepy Hollow ist für mich der perfekte Gruselfilm und daher auch perfekt für den Horror-Oktober. Letztes Jahr habe ich euch hierzu eine ausführliche Filmkritik auf meinem Kanal verfasst. Ein Film von Tim Burton, der es wieder mal schafft, Johnny Depp gekonnt in Szene zu setzen. Diesmal allerdings ganz ohne irgendwelches spezielles Make-up darf Johnny Depp hier als Ichabod Crane in Sleepy Hollow, einer Kleinstadt, ermitteln, wo ein paar Leichen gefunden wurden, die allesamt kopflos waren. Dann erscheint dann auch noch hier der kopflose Reiter, gespielt von Christopher Walken und die Ereignisse scheinen sich zu überschlagen. Christina Ritchie ist hier auch noch mit dabei, also ein richtig toller Cast und eine fantastische Atmosphäre, die hier Tim Burton auf die Leinwand gezaubert hat. Zum diesjährigen Oktober, passend wieder zum Horror-Oktober, veröffentlicht man den Film jetzt eben in 4K. Hier sehen wir die deutsche Veröffentlichung, leider nur in der Keepcase-Variante. Das ist natürlich schade für alle Steelbook-Liebhaber, denn in den USA und auch in UK sozusagen erschien oder erscheint der Film in einem 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook. Das sehen wir hier inklusive eines kleinen Booklets. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das kann man sich auch laut Angaben auf JPC hier importieren. Lieferzeit ein bis zwei Wochen, soweit verfügbar beim Lieferanten. Preislich ist es natürlich mehr als abgehoben, aber man muss sagen, das Steelbook ist auch in UK hier ausverkauft. Bekommt man nur noch über Drittanbieter, auch seitens Amazon. Also da muss man dann bei Interesse auch hier tiefer in die Tasche greifen. Das Steelbook soll dann laut Angaben auf der 4K-Scheibe auch eine deutsche Tonspur drauf haben. Ansonsten bleibt einem eben hier die deutsche Keepcase-Variante und vielleicht hat man ja schon das Mediabook, das vor ein paar Jahren hier veröffentlicht wurde, von Nameless für Paramount produziert wurde, eine absolute Top-Qualität hat. Ja, dann kann man das hier vielleicht upgraden mit der Keepcase-Variante oder sagt, nö, mir reicht die Keepcase-Variante auch so, dann ist es natürlich eine wunderbare Sache. Der Film aber definitiv von meiner Seite aus sehr zu empfehlen. Zum 55-jährigen Jubiläum von Rosemary's Baby veröffentlicht dann Paramount Pictures den Kult-Horror-Streifen von Roman Polanski in einer 4K-Ultra-HD plus Blu-Ray-Keepcase-Variante. Die sehen wir hier. Da gibt es auch im Ausland keine alternative Steelbook-Veröffentlichung. In den USA gibt es hier noch einen Schuber mit dazu. Gut, ob man den jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich finde solche Sachen immer ganz nice to have. Wir haben hier, wie gesagt, einen Film, der schon 55 Jahre auf dem Buckel hat. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und darin geht es eben um ein junges Pärchen, das nach New York zieht, dort das erste Kind erwartet. Doch dann plagen Rosemary ein paar Albträume und die Nachbarn scheinen hier auch mehr zu wissen. Ein richtig toller Kult-Horror-Streifen, der uns dann auch in diesem Horror-Oktober im neuen Gewand in 4K erwarten wird. Für die meisten Leute von uns war die Schule definitiv der Horror. Und Jack Black spielte durchaus schon in dem einen oder anderen Horrorfilm mit. Wie zum Beispiel, ich weiß, was du letzten, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Oder auch Goosebumps, also Gänsehaut. Hier in School of Rock spielte er einen gescheiterten Musiker, der aus der eigenen Band rausfliegt, weil sie sein Verhalten nicht mehr ertragen können. Denn aus Geldnöten heraus gibt er vor, ein Lehrer zu sein und nimmt dort einen Job an der Schule an. Dort entdeckt er ein paar junge Talente, wie wir das hier sehen können. Und dann rocken sie die Schule sozusagen. Paramount veröffentlicht zum 20-jährigen Jubiläum den Film in einer Standard-Steelbook-Veröffentlichung, wie wir das hier sehen, also ohne 4K. Und Gott sei Dank muss man hier nicht wie bei den anderen Steelbook-Veröffentlichungen nicht auf einen Import zurückgreifen. Das Steelbook ist noch in mehreren Shops erhältlich. Bei unseren Kollegen oder Nachbarn besser gesagt aus Italien. Bei Amazon haben wir hier noch ein weiteres Produkt-Vorschaubild. Und das zeigt uns nicht nur die Vorderseite, sondern auch noch die Rückseite und dann auch noch den Innenprint. Transformers Aufstieg der Bestien läutet eine neue Ära von Transformer-Filmen ein. Gut, wir hatten mit Bumblebee schon eine Art Prequel, aber die offizielle Reihe Transformers 1 bis 5, die ist abgeschlossen. Michael Bay sitzt hier auch nicht mehr auf dem Regiestuhl. Wir sind in New York der 1990er Jahre und da tauchen dann plötzlich neue Arten von Transformers auf. Die einen schlagen sich auf die Seite der Decepticons, die anderen auf die Seite der Autobots. Und dann wird mal wieder spektakulär gegeneinander auf der großen Leinwand gekämpft. So zumindest im Kino. Jetzt dann ab dem 12. Oktober auch im Heimkino verfügbar. Auf DVD, auf Blu-Ray und auch in der 4K Ultra HD Keepcase-Variante. Außerdem veröffentlicht Paramount auch noch zwei Steelbook. Zum einen eine Standard-Steelbook-Variante, wo nur die Blu-Ray enthalten ist. Und zum anderen dann auch noch eine 4K Ultra HD Steelbook-Edition, wo die Blu-Ray dann auch noch mit dabei ist. Auch die Star Trek-Fans dürfen sich im Oktober freuen. Denn da erscheint dann die Next Generation 4 Movie Collection in 4K Ultra HD plus Blu-Ray. Mit dabei ist Star Trek 7 Treffen der Generationen. Außerdem Star Trek 8 Der Erste Kontakt. Dann haben wir noch Star Trek 9 Der Aufstand. Und zu guter Letzt dann auch noch Star Trek 10 Nemesis. Mit Star Trek Prodigy hat man dann auch noch etwas für die jüngere Generation an Trekkie-Fans am Start. Hier hat man eine animierte Serie Staffel Nummer 1 mit 20 Episoden. Die erscheint dann komplett auf Blu-Ray ebenfalls im Oktober. Und in der Serie geht es, wie man sehen kann, um ein paar gesetzlose und sehr unterschiedliche Jugendliche, die hier eine verlassene Sternenflotte, ein verlassenes Sternenflotten-Schiff namens USS Protostar finden, sich dann aufmachen Richtung Alpha Quadranten, einige Abenteuer überstehen müssen und dann natürlich auch lernen müssen, wie man in der Gruppe zusammenhält. Abschließend haben wir dann noch die dritte Staffel von Jack Ryan. Insgesamt acht Episoden auf DVD oder auch auf Blu-Ray erscheinen. Dann hier ebenfalls im Oktober für das Heimkino. Hier jagt Jack Ryan quer durch Europa, um so eine Gruppe von Russen daran zu hindern, die Sowjetunion wieder aufleben zu lassen und eben den dritten Weltkrieg anzuzetteln. Damit sind wir durch mit dem Programm von Paramount Pictures im Oktober. Also da ist einiges geboten. Tolles Programm, tolle Veröffentlichungen. Veröffentlichungen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was davon eben in eure Sammlung wandern wird und was nicht. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde und Servus.